Die Stadt und das Rathaus Das ist doch etwas ganz anderes. Diese Frage habe ich Ihnen während meinem Wahlkampf gestellt und nicht nur Ihnen, sondern auch mir selbst. Woran denke ich zuerst bei Leimen? Ich denke an eine Stadt, die viele Spannungsfelder und Herausforderungen, aber auch ein unfassbar großes Potenzial hat, das es auszuschöpfen gilt. Mein Name ist Holger Kahl, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Bammental und kandidiere am 24. März für das Amt des Oberbürgermeisters von Leimen. Meine Entscheidung, mich als Kandidat zu bewerben, ist wohl überlegt und von tiefer Überzeugung geprägt. Als echter Kurpfälzer habe ich schon sehr lange eine Verbundenheit zu Leimen, seit der Schulzeit im Gymnasium Sandhausen, durch viele Freundschaften oder über den Sport. Was in Leimen passiert, habe ich als Nachbar immer interessiert verfolgt. Ich bin mir der Verantwortung, die mit dem Amt des Oberbürgermeisters verbunden ist, vollkommen bewusst und habe großen Respekt vor diesem Amt. Gerne leiste ich meinen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Stadt, doch wo würde ich ansetzen? Zuallererst ist es mir wichtig zu sagen, dass in Leimen in den letzten Jahren auch einiges passiert ist. Es wurden Weichen gestellt und Infrastruktur geschaffen, die dringend erforderlich war und von der wir profitieren. Diese Infrastruktur galt und gilt es zu erhalten und an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Ein wichtiger Punkt ist dabei mit Sicherheit die finanzielle Situation der Stadt. Auch über die Stadtgrenzen hinaus sind die Schulden der großen Kreisstadt eine der ersten Assoziationen, wenn der Name Leimen fällt. Die finanzielle Stabilität bildet aber auch eine der wichtigen Grundlagen für die Weiterentwicklung. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Verwaltung der Stadt Heidelberg und als Bürgermeister liegt mein Fokus darauf, durch strategische Maßnahmen geschickte Nutzung von Mitteln das Beste für unsere Stadt zu erreichen. Vielleicht haben Sie von der positiven Entwicklung der Haushaltslage in Bammental gehört. Was wir dort geschafft haben, zeigt, dass es möglich ist, die finanzielle Situation einer Kommune nachhaltig zu verbessern. Leimen finanziell zu stärken soll nicht bedeuten, bei sämtlichen Projekten den Gürtel enger zu schnallen, sondern vielmehr die Einnahmen zu stärken sowie die laufenden Ausgaben im Griff zu behalten, gutes Timing bei Investitionen zu haben, Gelder von Bund und Land einzufordern und clever einzusetzen. Ich bringe das Know-how und die nötige Erfahrung für diesen Weg mit und würde mir wünschen, dass Leimen davon profitieren kann. Ich möchte jedoch ehrlich mit Ihnen sein, die Entwicklung in meinem bisherigen Amt ist nicht allein mein persönlicher Erfolg, sondern vielmehr das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit im Gemeinderat und meines hoch engagierten Rathausteams, womit wir bei dem nächsten wichtigen Punkt einer positiven Stadtentwicklung sind, nämlich der Verwaltung. In zahlreichen Gesprächen mit Ihnen, mit den Vereinen, den Gewerbetreibenden und Institutionen habe ich deutlich wahrgenommen, dass eine effektive Zusammenarbeit mit der Verwaltung und eine offene, transparente Kommunikation zentrale Anliegen sind. Für mich ist wichtig, dass die Verwaltung Ihre Verwaltung ist. Ich möchte die Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen für Sie, für die Leimänner Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass wir schnell sind, dass wir kompetent und unkompliziert sind. Mein Ziel ist es deshalb, die Verwaltung der Stadt neu auszurichten, zu digitalisieren und Ihre Bedürfnisse und Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen. Lassen Sie mich konkret werden. Ich wünsche mir für die Verwaltung der Stadt durchgängige Öffnungszeiten ohne Schließ- und Brückentage, die gleiche Qualität in allen Außenstellen, persönliche Ansprechpartner für alle Belange und ein Notfalltelefon. Das bedeutet, dass Sie am Wochenende für Notfälle stets einen Mitarbeiter erreichen können, der sich um Ihre Anliegen kümmert. Das mag ungewohnt klingen, aber es ist möglich in anderen Kommunen bereits Realität. Ich werde alles dafür tun, dass wir in Leimen für Sie ein ideenreicher und für alles offener Partner sind. In meinen bisherigen Stationen haben wir erfolgreich gezeigt, dass es möglich ist, eine Verwaltung im Sinne der Menschen auszurichten und aufzustellen. Deshalb soll es jedes Jahr einen Bürgertag geben, an dem die Verwaltung Sie über aktuelle Themen informiert und Ihnen die Stadtspitze und die Ämter Rede und Antwort stehen. Mit diesem Format wollen wir in jedem Stadtteil unterwegs sein. Die Entwicklung der Verwaltung soll jedoch kein von oben aufgestülpter Prozess sein. Ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, welche Sofortmaßnahmen wir ergreifen, um unsere Ziele zu erreichen. Für den Weg, den ich mit Leimen einschlagen möchte, spielen neben den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch unsere vielen Ehrenamtlichen eine unfassbar wichtige Rolle. Moderne Spiel- und Sportstätten in allen Stadtteilen tragen zu einer hohen Lebensqualität bei. Gut aufgestellte Feuerwehren, Rotes Kreuz oder die DLRG sowie der Neptunleimen sorgen für bestmöglichen Bevölkerungsschutz. Deshalb sind für mich die direkte Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit den Vereinen und Organisationen wie auch die volle Unterstützung der Feuerwehr selbstverständliche Aufgaben der Stadt und des Oberbürgermeisters. Auch hier möchte ich mich nicht hinter Wagenformulierungen verstecken. Ich würde als Oberbürgermeister der Stadt gerne einen runden Blaulichttisch, nennen wir es so, mit allen Rettungskräften einrichten. Auch bei den Sport- und Kulturvereinen ist es mit finanziellen Zuwendungen durch die Stadt alleine nicht getan. Die Sportstätten der Stadt stammen zum größten Teil aus Zeiten, in denen weniger Einwohner da waren und die Vereine noch kein so breites Angebot hatten. Diese Infrastruktur an die heutigen Bedürfnisse anzupassen, ist unumgänglich. Denn Vereine sind nicht nur ein wichtiger Faktor, was Gesundheit und Freizeitbeschäftigung angeht, sondern stets auch ein verlässlicher Ort der Begegnung und des Miteinanders. Die Arbeit, die unsere Ehrenamtlichen in den Vereinen und die vielen engagierten freien Gruppen im sozialen Miteinander, der Integration und der Inklusion leisten, ist unbezahlbar und verdient Wertschätzung und eine breite Unterstützung durch die Stadt. Es ist mir ein großes Anliegen, ehrenamtliches Engagement zu fördern und das nicht nur finanziell, sondern unter anderem auch durch die Bereitstellung von Räumen, Unterstützung bei Veranstaltungen und einer guten laufenden Zusammenarbeit. Mir ist es unglaublich wichtig, dass Menschen, die an Leimen denken, nicht von Angst erfüllt werden. Deshalb ist es mir ein Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl der Sicherheit zu geben und Angsträume besser zu gestalten. Ich strebe dies durch verschiedene Maßnahmen an, eine bessere Beleuchtung der öffentlichen Räume, auf Sauberkeit zu achten, eine erhöhte Präsenz von Ordnungsamt und Polizei an den betroffenen Plätzen, sowie das Engagement von Sozialarbeit vor Ort. Gleichzeitig ist es wichtig, öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen, wo sich jeder rücksichtsvoll aufhalten und entfalten darf. In einer Stadt, in der ich Oberbürgermeister bin, soll kein Mensch Angst haben, sich frei in seiner Umgebung zu bewegen, unabhängig von Alter oder Herkunft. Ich möchte vielmehr, dass die Menschen, die an Leimen denken, an eine attraktive Stadt denken, in der junge Familien eine Heimat nach ihren Bedürfnissen mit flexiblen Betreuungsangeboten, guten Schulen und besten Entfaltungsmöglichkeiten geboten wird. Ich möchte, dass die Menschen an eine lebendige Stadt denken, in der Gewerbe, Gastronomie, Handwerk und Hotellerie erfolgreich sind. Durch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Stadt und mit Institutionen wie dem unvergleichlichen Leimen aktiv, sollen sie sich gut entwickeln können und an eine Stadt denken können, in der in allen Stadtteilen mit Spaß ordentlich und angemessen gefeiert werden darf. Ich leiste gerne meinen Beitrag, dass ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in der gesamten Stadt entsteht und sich in Leimen, St. Iltengau, Angeloch, Ochsenbach und Lingental alle gleichermaßen wahrgenommen fühlen. Und ich habe gelernt, dass Ochsenbach die Hauptstadt von Leimen ist. Liebe Leimenerinnen, liebe Leimener, Sie sagten mir in vielen Gesprächen, dass Sie sich einen kompetenten Verwaltungsfachmann mit viel Engagement und Herzblut als Oberbürgermeister wünschen, einen Ansprechpartner im Rathaus, dem die Zusammenhänge vertraut sind. Dafür stehe ich. Und weil Sie, die Menschen vor Ort, mir wichtig sind, werde ich kaum eine Gelegenheit auslassen, Sie zu treffen bei Kärben und Feiern, bei Kommunalen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen, bei Firmenjubiläen oder beim Einkaufen und Spazieren gehen. Bürgernähe lebe ich aus Überzeugung. Und ich wünsche mir, dass Sie in acht Jahren an eine Stadt denken, die rund läuft und in der sich jeder Bürger wohlfühlt. Jetzt bin ich nicht der Größte, meine Damen und Herren, aber bereit für die große Aufgabe hier. Und versprechen kann ich Ihnen, dass mir dabei keine grauen Haare wachsen. Ich bitte Sie darum, mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der Oberbürgermeisterwahl am 24. März zu schenken und versichere Ihnen, dass ich dieses Vertrauen mit meiner Arbeit vom ersten Tag an zurückgeben werde. Herzlichen Dank. Vielen Dank.